Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Es freu mich ja, dass du dich so für die Zukunft freust. Ich mach mir eher Sorgen, dass das in die Butz geht, aber gut. So, wie sieht's denn hier aus? Wir produzieren Silber, das ist gut. Stahl haben wir eingestellt, wir haben ja sowieso zu viel Stahl. Ach, Sian, wir kriegen unsere Funkstation auch endlich. Die wir die ganze Zeit nicht hatten, das hat bis jetzt noch keiner gemerkt, also pfff. Ja, jetzt nimm ruhig eure Pillen, ist okay. Das Ding ist, wir haben jetzt hier so viele Orbital-Dings, das heißt, keiner weiß nachher, wo die Dinger einschlagen und landen werden. Nein, ey, das kann ja nicht sein, ey. Ah, die kommen von links. Ah, ne, die kommen von links oben. Okay, wo gehen die denn lang? Komm schon, Boys. Nice. Perfekt. Ja, so, nein, 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 so nicht. So nicht. Na verdammt. Äh, äh. Mann, jetzt sind die zu schnell. Na toll. Na, das kommt mir jetzt noch. Das, das ist noch. Oh Mann. Los. Hallo. Ach, jetzt ziehen sie sich schon zurück. Nö, jetzt werden die platt gemacht. Komm, hier. Okay, Spider-Man zieht sich zurück. So, was hier? Die fliehen. Alter, die haben aber lang sich geprügelt. Alter, der hat ja, die haben ja, alter. Warum haben die sich denn geprügelt? Und wer, wer hat sich jetzt nochmal alles geprügelt? Also, Joker hat ja richtig was abbekommen, aber mit wem hat sich Joker nochmal mit Supergirl, oder was? Also, wenn Supergirl sich mit ihm geprügelt hat, dann ist ja ganz klar. Okay. So, wie es aussieht, hat Joker nur kassiert. Was ist denn mit dem, was denn, was war denn hier los jetzt? Also, Joker hat anscheinend kassiert. Und wieso will hier keiner Joker retten? Ja, das wird doch mal Zeit, ne? Also, Supergirl hat ihm richtig gegeben. Oh. Oh, oh, oh. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Der ist, der ist tot. Den kannst du vergessen. Grippe zertrümmert und sowas. Den kannst du vergessen. Ja, wo sind denn jetzt hier die Händler? Ach, das ist keine Händler, das ist eine Herde. Wie, 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 wie? Hey, 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 hey. Hey, Leute. Leute. Ne, so nicht. Öffnen. 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 Das ist erstmal hier, ich pauseiere grade mal. Ne? Tut mir leid, ich pausiere gerade mal, weil das geht ja mal ja nicht. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Leute, holt die Toten da raus. Das ist ein Kolonistengrab. Nein, holt ihn da raus. Verdammte Kacke. Okay. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Hat er funktioniert. Schau, wie sieht es hier aus. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Ich habe Angst, wenn wir jetzt einen Kolonisten zuweisen, dass der dann da reinkommt und tot ist. Deswegen mache ich das nicht. Wer zur Hölle ist das denn? Wurde doch geheilt. Hier. Weiblich. 22. Oh. Auf jeden Fall schon mal freundliche Gespräche. Was kann die Hand übernehmen? Das wird unser Schmied hier. Also schmieden so, ne? Wobei der immer Wonder Woman. Die kann aber auch kochen. Hart arbeiten. Unnervös. Wer hier unten ist? Scheiße ist in den letzten Dingern drin. Wir brauchen die. So, wie sieht es hier aus? Immer noch kein Strom. Verdammte Kacke. Na komm. Ziehen wir rüber. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Warum ist es Nacht, ey? Nachts passiert hier nichts. Komm, machen wir mal Speedy jetzt. Hier muss ja arbeitet werden. Kaxio kann wieder laufen. Schön. Weil Kuro steht auf Bauen. Perfekt. Oh, da geht's. Boah. Warum isst denn du nichts? Also warum trinkst du nur Milch? So wird's gemacht. Schick. Nur doof, dass wir... So, jetzt gönnst du hier den Stoff. Ja, so sieht's also aus. Erstmal den ganzen Stoff klauen. Ja, ja. Alles klar. Weißt du was, Bro? Hups, jetzt hab ich aus Versehen pausiert. Das dauert mir sonst zu lang, wenn ihr jetzt... jedes Mal einzeln hier die Dinger rausrubbt, ja? Scheiße, jetzt hab ich Shift gedrückt gehalten. So ein Mist. So ein Mist aber auch. So. Ja, sonst hättet ihr hier jeden Einzelnen gemacht. Wie unnötig wär das denn? Der hätte selbst das Gebiet nicht geholfen. Na gut, man hätte ein Gebiet machen können, ohne dass sie Stoff holt. Dann hätte sie nur weggerissen. Alter, sieht das scheiße aus. Egal. Ach, sieh an, es geht vorwärts. Jetzt kommen hier sogar die Dinger mal hin. Ja, geil. Ja, schick. Ja, erstmal ne Pille schlucken, ne? Genau, so wird's gemacht. Da haben wir auch reingelunzt. Was machst du denn jetzt? Wir verfolgen die jetzt. Wir stalken jetzt. Alter, da musst du ein Bäumchen fällen, ne? Boah, geil. Boalkyrie, die hat schon Power. Die fällt hier im Baum, einfach so. Bis die wieder da ist, ist der wieder nachgewachsen. Wart ab. Komm, wir helfen ja schon mal hier Baum fällen und so. Boden. Marmor. Fliese. Ja, ne, Fliese kannst du vergessen. Frieden jetzt. Ich spreche mit den Pablos GmbH. Ne. Ja, Jesus. Wo denn überhaupt? Ah, ne, er klickt jetzt nicht. Ich hab nicht vorgeladen. Ich hab nicht vorgeladen. Dann lädt er wieder 100 Milliarden Jahre. Hey, das ist gar nicht Valkyre. Hey, was macht denn jetzt? Achso. Hey, wo ist denn jetzt Valkyre hin? Schön, dass du putzt, die Norm. Gefällt mir, wie du das machst. Richtiger Haus, Mann. Was machst du denn jetzt? Wo bringst du das hin? Was machst du mit dem Stahl? Wieso legst du das da hin? Was war das denn gerade für ne, für ne Gruppe? Boah, was ist das denn, ey? Ich hab Pemikarn gefunden. Geil. Das war auch ein bisschen Marmor, ne? Boah, Marmor mir noch. Och, Firefly, willst du? Es regnet schon den ganzen Tag, ne? Was? Wie, Hulk und Firefly? Warte mal, was ist denn los hier mit denen? Wie viel Grad haben wir? Wir haben 16 Grad. Und die stehen auf... Ey, willst du mich verarschen jetzt, oder was? Na gut, das geht ja noch, ne? Ja, äh, 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 ja, ich weiß, nee, nee, äh, das ist wichtiger. So. Ne, weil Nanofasern sind halt viel wert. So, ihr Feuerteufel, macht ihr immer noch? Das gibt's ja nicht. Hey, 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 hey. Kann hier mal einer Feuer löschen? Leute? Leute? Schön. Och, komm, Hulk. Das hört sich dein Ernst. Guck mal, Firefly ist auch wieder ganz nett. Ne? Wir müssen den weglocken. Ich sag's dir. Können wir den irgendwie... Äh, betäuben? Ich mein, äh... Jetzt hab ich die Besuchergruppe wieder weggekillt, so. Kaxio hat sich vollständig erholt, das freut mich. Kaxio. Richtiger Schmied. So, jetzt setzt die Besuchergruppe, will die auch handeln? Das Ding ist, wo hängt die rum? Hier oben. Boah, die können tatsächlich... Okay, Firefly. Die haben bestimmt eh keine Kohlen dabei. Also ich mein, was willst du mit einer Besuchergruppe verhandeln? Warum wollen die mich eigentlich besuchen? Ne, würde mich echt mal gerne interessieren. Warum wollen die mich so besuchen? Haben die Bedürfnisse? Fühlt sich sehr gut, deswegen will sie mich besuchen, ja. Boah. Boah, die haben Medizin, äh. Plaudern mit Kevin, alter. Die plaudern mit Kevin, Junge. Die ist hart. Alter, was ist das denn für ein Flitzer, ey? Das ist ja... Ey, der hat ja hier den Warp Drive 37 erfunden. Hier, komm, ihr könnt hier die schlechte Skulptur haben. Die will kein Mensch haben. So. Skulptur, schlecht. Schengi-Stil. So, was habt ihr Schönes? Könnt Medizin kaufen. Und Überlebensration. Boah, ist das aber teuer. Schmein. Warum sollten wir jetzt Medizin kaufen, ne? Also schon einmal müssen wir hier den Müll wieder verkaufen. Hier kommen Mollis. Brauchen wir nicht. Müll. Und zack. Hat doch funktioniert. Glaubt doch gut. Siehst du, da konnten wir sogar mit Müllhaufen, äh, Geschäfte machen. Also warum jetzt die Müllhaufen? Also ich mein jetzt hier mit... Äh. Was ist denn hier los? Kraftstofflevel, was? Warum soll man das denn nicht voll machen? Machen wir voll, ey. Das Ding wird jetzt überall voll gemacht. Ich mein, wir haben's. Ja, gut. Ey, das sieht so komisch aus. Aber siehst du, halt, kriegt mal wieder was zu tun hier. Ja, was ist schon am Beschweren? Aber ich muss doch hier jetzt noch so Kapseln dran knallen, ne? Wo sind die nochmal? Bei diverse, ne? Verdammt. Das ist bald echt ernst hier. Komm schon, Valkyrie. Die letzte schaffst du doch auch. Komm schon, Valkyrie. Wo rennt's denn jetzt hin? Okay, sie knallt den Boden hier dran. So, okay. Hier muss doch ein Baum gefällt werden. Ich wollte's nur mal gesagt haben. Hier, warum, äh, werden die denn jetzt hier nicht voll gemacht? Oh, der hier wurde doch auch voll gemacht. Och, komm, wer ist denn jetzt hier Batman und Captain Hook, ey? Das gibt's doch nicht. Wurde beleidigt. Och, komm, Leute. Und beleidigt ihr denn hier rum? Erstmal unseren ganzen Treibstoff hier verbrauchen, ne? So, und jetzt? Wie funktioniert das? Ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich herausfinden will. Das geht bestimmt irgendwie in die Butze, ne? Und dann hast du hier nur Tote rumliegen oder so. Oh, wey. Ich mein, rein theoretisch, könnten wir immer Ressourcen rüberknallen, ne? Also, wenn dann den beiden das Essen aussieht, ja komm, dann ballern wir einfach Ressourcen rüber, ne? Hey, ballküro, hier musst du mal weiterarbeiten jetzt. Ja, geht doch. Ja, wie? Ja, wie nur halbfertig erarbeitet. Ja, wie du ruhst dich aus? Ach, wir müssen noch kochen. Ja, okay, wir haben ja danach, komm, wir machen ja wieder ultra, mega, super, mega, ultra, super Speed. Ne, dann mit der ultra, mega, super, ultra, super, duper Speed. Wieso ist denn hier und hier ist nur einer? Dann stellen wir die doch lieber hier hin, oder? Warum? Hä? Captain Hook. Hast du nicht dein Energiegewehr hier liegen lassen? So, noch einer ohne Waffe jetzt hier. Captain. Joker. Spider. Prinzessin. Poison. Valky. Und da haben alle ihre Waffen. Schick. Aber wenn er jetzt weiter ist, muss er gleich kochen. Soll ich es dir nur gesagt haben. Müssen nochmal Biber kommen. So 100 Alpha-Bibers oder so. Was für ein langer Speichervorgang. Der wird immer länger, ne? Irgendwann steht die Welt nur noch auf Speichern. Ich habe echt keine Ahnung, wie die Dinger hier funktionieren. Jetzt hört doch mal auf, euch zu beleidigen. Ey, das sieht so strange aus irgendwie. Hier muss auch mal weiter gearbeitet werden. Also irgendeiner brutzelt hier die ganze Zeit Müll? Ach, hier unten. Kein Müll. Wie das hier nachher aussieht. Ja komm, Kaxio. Kraxel. Du willst dich doch bestimmt uns anschließen, Mr. Kraxel. Komm, Kraxel. Wie nur 1% Chance. 99, warum eigentlich? Höhlenhüter. Kindelkind. Guck mal, du darfst dir sogar super Kleidung anziehen, Alter. Überlegene Kleidung liegt da rum. So, wie sieht es aus, Valkyre? Du musst wieder kochen. Wie sieht es aus mit unseren... Boah, die sind fleißig am forschen. Jetzt geht es hier wieder ab. Wo sind die Träger? Wo sind die Träger? Hä? Ach, Störung. Ja, ey. Leute, wo sind die Träger? Leute? Leute? Wo sind die Träger? Oh, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es wieder krasse Nahrung. Das heißt, wir müssen unsere Jäger wieder losschicken. Zack, hier werden erstmal ein paar Alpakas ausgerottet. Ein paar Viecher. Da. Hiervon. Komm hier. So, alles weg. Was bist du? Komm, du kommst auch weg. Die Turrets können immer noch nicht schießen, ne? Boah, das war so cool, als die noch schießen konnten. Warum können die nicht schießen? Das fand ich so cool, als man die Turrets noch sagen könnte, wo die hinschießen sollten. Keine Ahnung, warum die das rausgenommen haben. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Das war doch eigentlich so cool. So, den kann ich hier wieder wegruppen. Na, wobei, der muss bis hier oben kommen. Ne, der kann ich noch nicht wegruppen. Der knallt hier alles durch. Wie Superman lebt immer noch. Extrem eindrucksvoller Aufenthalt. Und dann wieder kein Bier. Finde ich gut. Gibt es keinen Alkoholzusammenbruch. Wir haben schon wieder Nacht, ne? Schon wieder, ey, die gehen ja die ganze... Also jetzt... Ui! Trocken wurde er. Ja, schick. Muss mal einer den Boden entfernen. Also ein Alpaka hat es schon erwischt. Aber wenn wir danach machen, wieder Ultra Mega Super Duper Speed. Oh, das war anscheinend nicht mehr verwirrt. Zumindest findet er nur noch sein Bett. Ja, komm, Batman, der Ultra Mega Speed. Können wir dir beim Kochen zugucken? Oder Batman beim Schneidern? Oder Peter Pan beim Schlafen? Wir können ja mal beim Schießen zugucken. Wir haben drei Jäger. Hast du jetzt einen Affen gekillt, oder was? Meine gute Supergirl. Du bist die Letzte hier. Du hängst hier noch zurück. Geh doch hin und mach dir eine Melee fertig. Aber so wie du den Joker verprügelt hast, dann wirst du doch so ein Kausal locker kaputt schlagen. Also so bringt das auch nichts, ne? Ja, genau. Wechsel einfach zum Affen. Das hat so keinen Sinn. Captain Hook regelt jetzt. Mit seiner Armee von Wildschweinen. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Armee von Wildschweinen hat? Irgendwie komisch, oder nicht? Wie so kleine Insekten, oder so. So Ameisen. Handtieren die hier so rum. Ach, jetzt kommen erst mal die schönen Überlebensrationen. Das ist ja gut. Damit die auch schon mal fertig gemacht werden. Die sollen aber auch nicht gefuttert werden, ne? Überlebensrationen. Boah. Also ich meine, ein Hufvillow passt gerade noch so da rein. Wir müssen auf jeden Fall Holz und Stahl damit rüberballern. Die, äh, Rationen? Ich meine, Dinorm und Poison Ivy sind bewaffnet. Aber Dinorm bräuchte eigentlich eine bessere Waffe. Ich meine, wir bräuchten eigentlich auch ein paar Bauteile drüben. Hä, was, warum hat's denn... Schnitt-Kurzbogen? Na toll. Wir ballerten da wieder auf unsere eigenen Leute, ja? Die müsste doch langsam kochen, so auf 100 haben, ne? Ey, guck dir das an, ey. Die kann ja alles fast. Meine Güte. Wer ballert denn hier noch mitten in der Nacht? Guck mal, da sind die Alpaka schon, äh, abgehauen. Ach komm, weißt du was? Die dürfen sich auch noch ein bisschen reproduzieren. Mal wieder irgendwo eine Schlange oder sowas. So etwas, was auf jeden Fall, äh, getötet werden muss. Hier liegt eine Leiche. Ja, wir wurden immer noch, ist hier kein Strom gebaut worden, das ist echt krass. Ey, viel zu viele Boom-Ratten leben hier. Oh, hier kann man noch Bauteile rausholen. Wo ist der Übeltäter, wo hängt er rum? Er denkt, er denkt, er kann sich verstecken. Hier oben ist er da, ich hab ihn gefunden. Ja, guck mal, guck mal, sieh mal an. Das heißt, es wird wieder Zeit. Für unser Vernichtungskommando. Dum, 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 dum. Sie kommen alle mit. Es gibt keine Überlebenden. Na los, Leute. Marschieren. Bewegung. 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 Das Panther-Vernichtungskommando ist... Kältebälle. Ich dachte schon, jetzt wird der schon angegriffen. Okay, seid ihr alle ready? So, Leute, euch jetzt mal nicht gegenseitig abknallen, okay? Kriegt... Und, was macht ihr denn? Kriegt ihr das hin? Gut. Aber der funktioniert. Schön gemacht. Super Wildschwein. So, und du nimmst das andere, komm schon. Ja, okay, Batman macht das. Ist okay, ist okay. Was mit den Toten? Dreckige Panthers, die müssen alle vernichtet werden. Ja, voll... Genau wie Schlangen. Wir haben keine Daseinsberechtigung. So, aber irgendwas wollte ich mir jetzt noch... Was war denn das jetzt? Ich habe, glaube ich, gerade irgendwas weggedrückt. Oder nicht? Oder was war da? Hä, was war denn da jetzt? Was? Scheiße. Ich habe doch gesagt, sie sollen keine Alpakas mehr jagen. Okay, Alpaka-Vernichtungskommando. Oh, Mann, das geht schon wieder in die Boots. Leute, Leute, Leute. So, jetzt muss aber einer... Halt, Captain Hook, retten. Achso, wird bereits von Joker benutzt. Dann, äh, die Norm. Trage. Und wie sieht es bei der eigentlich aus? Keine unmittelbare Gefahr. Ja, das ist Prinzessin Leer, äh, Leer. Eine echte Kämpferin. Die... Die trägt sich selber. Das ist krass. Wird von Joker verwendet, aber das ist unnormal. Prinzessin Leer ist einfach Killer, ja. So, wir haben eine Kältewelle. Das heißt, stehen alle auf Winter? Ja, wie? Nee. Ja, Leute, es wird kalt, Leute. Winter, Winter. Oh, das wäre so cool, wenn man das einfacher machen könnte. Über den Gebieten, ne? Dass man nicht klicken muss, sondern einfach hier dann so auswählen kann, so. Winter, 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 Winter. Winter. Prinzessin Leer ohne Wache. Ja, rutsch mal aus. Du musst jetzt geheilt werden. Komm hier, Peter Pan. Peter Pan ist Killer. Nee, du forschst jetzt nicht. Du behandelst. Ja, okay, dann. Nicht. Joker wollte die hier nutzen. Joker hätte die bessere Medizin genutzt. Oh, ich meine, Peter Pan ist hier der Main-Arts. Joker wurde degradiert. Hat er wohl wieder vergessen. Ja, jetzt strengt er sich an, ne? Wo er es vergessen hat, strengt er sich an. Der Joker. Äh, nicht jetzt. Jetzt da, wo er degradiert ist, strengt er sich an, um seine Praxis wiederzubekommen. Ja, ja. Mal aufgefallen. Auf einmal gibt er sich Mühe. Ach, Superman. Ach, hier drin. Ja, hier drin ist nicht so cool. Hier drin ist jetzt nicht so cool. Ich meine, dass der überhaupt noch lebt. Das ist sowieso ein Ding, aber Wir müssen hier jetzt nicht, äh, eiskalt sterben lassen. Ja, hier kannst du dich erstmal aufwärmen. Guck mal, hier drin haben wir Die Sonne haben wir Was denn mit der Haben wir hier keine Heizung? Doch, hier. Oh, die Heizung, die Die ist jetzt nicht gerade effektiv. Also anscheinend brauchen wir mehr Heizungen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Ich find's krass, dass diese Heizungen, äh, Irgendwie total ineffektiv sind, zwar. Ich mein Gut, hier ist jetzt gar keine drin, ne? Äh, jetzt dieser Boden ist so instabil, ach komm. Hier muss natürlich auch eine Heizung rein, ne? Die friert hier, das ist klar. Hier ist kalt. Echt? Ich kann ja nicht überall doppelte Heizungen reinknallen. Hier ist warm. Hier ist kalt. Wahrscheinlich ist der Raum einfach nur, äh, Gut, wenn wir jetzt hier in der Heizung und hier Ventilator Und hier auch, ja? Also ich mein, hier ist es scheiße kalt anscheinend. Aber gut. Knallen wir hier nochmal eine Heizung rein. Oh, hier lässt sich's aushalten. Hier geht. Hier ist scheiße kalt drin. Kacke. Na gut, egal. Das war's für diese Folge Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.